Roy, sehr sexy, wo treffe ich dich in München? In der Spielwiese. Spielwiese? Ja, heute zumindest. Und warum dort? Was ist für dich ein erfolgreicher Abend? Naja, mit Jungs abhängen, mit meinen Kumpels, mit meinen Atzen. Jungs, bist du schwul? Nein, bin ich nicht, Mann. Aber ich muss auf jeden Fall immer mit meinen Atzen abhängen. Und Mädels müssen auf jeden Fall am Start sein. Und wie sollten diese Mädels ausschauen? Geil. Geil ist? So wie du? Jetzt hat er gesagt, ja, keine Ahnung, schlank, süßes Gesicht. So in etwa meine Größe, blond, braun, das ist mir egal. Einfach geil. Da kommt jemand ins Schwärmen. Dann erzähl mal, mit welchen Qualitäten glänzt du bei den Frauen, vor allen Dingen im Bett? Oh, wie man es will. Du erfüllst mir jeden Wunsch? Ja, logisch. Jeden Wunsch? Ja, logisch. Sicher? Ja, warum nicht? Sing für mich. Nein, kann ich nicht. Tut mir leid. Ich bin heute so heißer. Tanz für mich. Er macht das. Tanz für mich. Nein. Warum? Wir sind ja nicht im Bett, oder? Aber von deinem Tanzstil schließt sich ja darauf, wie du im Bett bist. Ja, aber da brauche ich schon Musik und alles und viele Leute und das geht das nicht. Was muss eine Frau machen, was muss eine Frau machen, um dein Herz zu erobern? Sie muss zu mir passen. Sie muss, keine Ahnung, es muss halt sein, wenn ich in die Augen schaue, dann weiß ich, ob es passt oder nicht. Okay, was ist dir wichtiger, Frau oder Fitnessstudio? Frau. Beides. Nein, Frau. Ist das alles echt? Natur? Trainiert? Ja, keine Implantate. Nichts gespritzt, ganz sicher. Okay, dann zeig uns nochmal deine Kette. Okay, mehr brauche ich dazu nicht sagen, oder?